Ich bin schon nicht so weit nach außen gehen. Weil ansonsten droppen die Feuerbälle mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ach da bist du mitgejumped, Kit. Da, da wirklich. Das ist so unfassbar luck based. Ei, 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 ei. Oder explodieren die immer gleich. Dann ist es nicht luck based. Sieht sogar fast danach aus, ne? Dann bin ich mitgejumped schon wieder. Ei, mach fast, ey. Das ist halt... Ach komm, Alter, das war doch niemals. Auf, ne drauf. Ich bitte dich. Eilis? Jetzt hat der eine Lebensanzeige. Ist das dein Ernst? Das mit der Lebensanzeige hätte jetzt nicht wirklich sein müssen. Er hätte auch einfach wieder nach oben weg verschwinden können. Dann muss ich früher reagieren. Ich denke mal auch, dass... Du musst den ersten Feuerball schon in die Mitte setzen, Herr Daemon. Komisches Viech. So. So. Kiste, Kiste. Dann muss ich schneller wieder nach rechts scannen. Oder was auch immer, dass da im Hintergrund ist. Was das ist. Ich habe es jetzt mal als Kiste identifiziert, aber... ... das heißt ja nichts. Nein. So wird nicht. Ach man, ey. Weißt du, das schaffst du einmal in 95 Jahren und dann... ... kommt noch der Surprise-Effekt, dass er halt noch weitermacht. Mit irgendeiner anderen Scheiße. Ich hätte gerne die Fische wieder, ja. Oh, ne. Vergesst das. Ich hätte die Fische nicht gerne wieder, ne. Die Fische haben hart gestunken. Ja. Keine Ahnung. Und jetzt? Ja. Hätte ich ihm jetzt da Schaden machen sollen, wenn er was... Das ist unmöglich, Alter. Das ist... ...vitually unmöglich. Ach. Kann ich denn nach links gehen, weil das Feuer wieder weggeht. Smartyball. Aber zu langsam weggeht. Ach man, ey. Feuer verpiele dich halt noch was schneller. Ein Feuerwelle. Zwei Feuerwelle. Drei Feuerwelle. Drei Feuerwelle. Vier Feuerwelle. 5 Feuerwelle 6, 7, 99 Feuerwelle Ich dachte, ich zähle mal mit, vielleicht bringt mir die Information da irgendwann irgendwas Aber anscheinend ist das nicht so Wahrscheinlich nicht in der Lücke angeblich, ja ja Was ist denn soweit so gut? Was, Alter? Was in Gottes Namen? Wie soll ich ihm Schaden machen? Die Dinger fliegen durch die Luft, während er Während er da Spässeken hat Ob ihm das bewusst ist? Wie soll ich ihm Schaden machen, Alter? Ich hab keinen Fall Ich hab keinen Fall So, ne? Oder für die erste Welle von Feuerwellen könnte man sagen Ich hab keinen Fall 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 Spam, weil die Fallen nicht immer gleich Das heißt, wenn der Vierer kommt, dann kann ich ihn einmal halten Ja, ich hab keinen Fall Ist das eine Scheiße? Meine Fresse Aber für eine schwere Geburt, ey Es geht direkt weiter Mit einem Beitrag Evil Skull Evil Skull hat 5 Leben Klopf Was ist die denn? Nö Darf ich fragen, wann ich eben die 5 Schaden machen soll? Achso, die macht er sich selber. Das ist ein Evil Skull. What the fuck? Ich stand doch genau in der Mitte. Spiel bitte. Verarsch halt mal wen anders. Okay, die Fledermaus geht mir ganz gelinde auf den Sack. Aber das noch mal so nebenbei. Und die Fledermaus könnte man einfach in der Mitte schön stehen bleiben. Moment, wenn ich die Totenplatte kaputt mache, das zählt auch als Fehlentonium. Anscheinend. Das andere eher nicht so. Stop. Wo kommt der ein Angriff daher, Alter? Hab ich nicht gesehen, wo der herkommt. Ist nicht gut. Dieses ganze Strip. Stop. Doppelsprung. Hat mir wieder keine Lust. Okay? Gut, sehe ich an. Oh Mann, diese Fledermaus muss halt echt nicht sein. Warum kann ich die nicht abschießen. Ach, das ist doch scheiße. Ohne Spaß, die Fledermaus macht alles so viel schwerer. Zieh dich halt mal. Cut die Fledermaus. Die Fledermaus macht die Geräusche eines Vogels. Da ist auch irgendwas Terribles schief gegangen. Hat das jetzt irgendeinen Sinn, dass die Schädler rumcruisen müssen? Das dann geht nicht mehr. Ach, Mann, ey. Das war's aber wieder fast. Bleib doch mal in dem Video stehen. Ist auch random, ob die links oder rechts irgendwie hingeschickt werden, ne? Das ist nur so am Rande. Am Rande bemerkt. Oh mein Gott. Das Ding ist, hier hast du halt kein wirkliches Pattern. Weil ich kein wirkliches Pattern hab. Klar, warum nicht? Eigentlich könnte man sie eins machen, wenn man... so lang. Da entspricht gerade meine Laune, da für ein Pattern zu machen. Meine Friesener. Wie schwer kann das denn sein? Nein, Alter, nicht getroffen ist das denn? Das ist schon wieder nicht. Ist okay, also ich muss die noch nicht treffen, wirst du? Weil man kann sie auch einfach machen und sie direkt töten, wenn sie runterkommen. Oder man hört bedürft ne halbe Stunde und lässt die Dinger 95.000 Mal nach links und rechts legen. Kann diese Fledermaus nicht irgendwie erst beim Drücken erscheinen oder mal? Dankeschön. Ich hab halt das Prinzip, hab ich jetzt von anderen sicher verstanden, ja? Mit jedem Skull wird der Boss ein bisschen schwerer. Trotz sind dumme. Ich glaub, die Skulls spawnen aber auch erst, wenn man einen Skull weggemacht hat. Dementsprechend bringt es nichts, einfach mal die Skulls Leben zu lassen. Das könnte man ja... Ah, das war doch wirklich. Das könnte man ja Theorie auch machen, oder versuchen zu machen, aber... Das bringt das jetzt nicht so wirklich, könnte man sagen. ... Ach, du bist doch Code, ey, Alter! Richtig krasser Code bist du! Ach, das ist ein Witz, ne? Das ist echt ein Witz. Der kleine, der kleine rote Schuss von dem komischen Totenschädel da... Der fickt mich dann, oder was? Der wird halt echt mal zu Scherzen aufgelegt, anscheinend. Das ist zum Kotzen, das ist einfach nur zum Kotzen. Ich mein, es macht irgendwo Sinn, dass die Dinger schwerer werden, ne? Das ist nicht alles, einfach jetzt diese Zombie-Lemminge sind, wie am Anfang, aber... Das nicht, ey? Kein Problem damit gehabt, wenn das nur die Zombie-Lemminge gewesen wären. Dann ist da wieder so ein rotes Übelchen-Ball-Ding! Boah, man, die Letz... Weißt du, ich hatte schon mal runter auf 1 AP, aber nein... Ich bin zu dumm, treff den komischen Skull dreimal nicht, oder so... Und sterbe einfach nur... So, ja, okay, mein Ding... Nicht getroffen! Nicht getroffen, weil ich dumm bin! Weil ich einfach nur dumm bin! Keine Ahnung, das ist halt... Die fliegen halt nicht mal schnell, oder so. Das ist einfach nur schlecht, wenn man die nicht trifft. Einfach nur schlecht. Nein, Mann! Ja, Mann!